Musik Herzlich Willkommen zum 142. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Bevor wir zu dem Hauptthema gehen, wir wissen ja alle, jetzt die Super Mario 3D All-Stars-Kollektion ist jetzt für die Nintendo Switch erhältlich. Felix, du hast ja wirklich das ganze Jahr lang so einen großen Hype drum gehabt. Man hat ja schon anhand der Gerüchten schon gewusst, dass es kommen wird. Bist du zufrieden, was du jetzt im Endeffekt auf deine Nintendo Switch bekommen hast? Also, eigentlich das, was geboten wird, da bin ich eigentlich nicht zufrieden mit, weil ich mir schon ein bisschen mehr erhofft habe. Ja, aber ich bin trotzdem glücklich über die Spiele, weil ich sie halt alle wirklich ins Herz geschlossen habe. Und wir nehmen jetzt diesen Podcast am Sonntag nach dem Veröffentlichungswochenende auf. Also, es ist jetzt Mittagszeit und das Spiel ist am Freitag bei mir angekommen. Und ich habe jetzt überwiegend einfach Mario 64 gespielt und wollte auch das Ganze chronologisch machen. Vielleicht switche ich auch Galaxy und Sunshine, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe jetzt einfach mal mit Mario 64 angefangen und ich habe eigentlich gedacht so, ja, du hast es jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr gespielt, wirst dich wahrscheinlich nicht mehr so krass daran erinnern können. Aber jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, so vier, fünf Stunden auf der Uhr und bin schon bei 50 Sternen oder so. Also, es geht zack, 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 zack und immer die ganzen Level. Ich sehe so die Aufgaben. Ah ja, okay, das war die Aufgabe. Ah ja, okay, kenne ich. Ja, weiß ich. Okay, und weiß halt immer direkt, wo ich hingehen muss. Und dann geht es ruckzuck. Es gab auch noch keinen Stern, wo ich wirklich so gedacht habe, oh, der war jetzt aber schwierig. Das, was mir bisher tatsächlich noch am schwersten gefallen ist, weil ich da drei-, viermal dran gescheitert bin, ist in dem Schneelevel, dass man die beiden Schneemänner zusammenbringt. Also diese Kugeln, weil ich immer ums Verrecken in diesen Schneeball reingerollt bin und habe ihn nicht überholen können. Und das war aber das einzige Problem, das ich hatte. Und sonst fliege ich da durch. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch so gut hinbekomme, weil ja, und das ist das Schade an der 3D-Collection, so kleine Kameraprobleme und so nicht behoben wurden. Aber, wie gesagt, die Liebe, die ich gegenüber diesen drei Spielen habe, die ist einfach größer, als dass ich mich darüber ärgern könnte. Und deswegen bin ich momentan einfach im Glück. Ganz nett, ich gehe mit meiner Schwester normalerweise immer Samstagvormittag einkaufen. Und sie ist eigentlich davon ausgegangen, dass wir um 8 Uhr, wie wir es normalerweise machen, dann zusammen losgehen. Und ja, sie kam um 8 Uhr in mein Zimmer rein und ich lag halt einfach in meinem Bett und habe gespielt. Mit dem Schlafanzug noch. Und ich so, ja, Felix, wir wollten jetzt eigentlich gehen. Und ich so, ja, okay, also ich gehe nachher alleine und du kannst jetzt gehen. Weil ich einfach nicht aufhören wollte und habe dann einfach noch eine Stunde weiter in meinem Bett gespielt, weil ich einfach so viel Spaß habe, gerade mit Mario 64. Und ja, also ich bin jetzt erstmal für eine Weile zufriedengestellt. Und du hast ja auch schon ein bisschen länger spielen dürfen, jetzt können wir es ja sagen. Du hast ja auch das Spiel getestet. Wie viele Stunden hast du jetzt schon damit verbracht? Boah, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe ja, weil ich einfach viel testen musste, habe ja viel Videomaterial aufgenommen, musste ich natürlich hier, mal da, mal da spielen. Das ist immer der Nachteil, wenn man was testet. Man kann jetzt nicht bei einer Sache bleiben, sondern man muss halt immer hier und da was, bestimmte Sachen aufnehmen. Ich finde es eigentlich eine sehr solide Kollektion. Und man hat ja in den letzten Tagen so rausbekommen, anhand von Dataminern, dass das ja wirklich alles emuliert ist. Bis auf so MyGalaxy, da läuft das Spiel auf der Switch CPU nativ. Allerdings Audio und GPU dann emuliert. Eine sehr interessante Weise entwickelt NERD, das ist, ich muss kurz zusammenbringen, Nintendo Europe Research Development oder sowas. Und die kümmern sich halt ja um die ganzen Emulationsgeschichten, haben ja auch die Emulation für das NES Mini und SNES Mini gemacht. Und auch für die Nintendo Switch Online Service. Und die haben ja erst im Februar, März angefangen, muss man ja auch mal schon sagen. Wow, gute Arbeit für die kurze Zeit. Aber da sieht man natürlich, habe auch anhand ein paar Videos angeschaut und da wurde es auch schon wirklich sehr, wirklich normal, also wirklich auf eine normale Weise erklärt. Es gibt ja viele Fans, die flippen gerade total aus, wie billig das sei. Aber NERD darf halt keinen Leerlauf haben und deswegen hat Nintendo gesagt, komm, jetzt arbeitet halt dran. Ich habe das Gefühl, die ganze Sache ist eigentlich so eine Art, ich sage nicht Experiment, aber NERD wollte sowieso wahrscheinlich Emulationen für GameCube und Wii und Nintendo 64 entwickeln, um das halt später dann für Nintendo Switch Online Service zu nutzen, eventuell. Eine sehr interessante Weise, ich bin mal wirklich gespannt, was jetzt nach dem 31. März passiert, ob wir dann quasi diese Emulationssoftware, die ja quasi, worauf die Spiele ja laufen, dann auch für Nintendo Switch Online genutzt wird oder nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, also irgendwie erwartet jeder, dass da am 31. März beziehungsweise dann am 1. April was passiert, ne? Ja, muss nicht sofort was passieren, aber ja. Irgendwas kommt dann noch, das machen die nicht einfach so, dass sie das Spiel wieder vom Markt nehmen. Ich meine, das haben sie bei der 25-jährigen Anniversary Edition von dem Super Mario, haben sie es ja auch nicht gemacht, dass sie das nach einem halben Jahr wieder vom Markt genommen haben. Da war es zwar auch limitiert, ja, aber es war halt dauerhaft verfügbar trotzdem, bis es halt komplett vergriffen war. Und ja, deswegen weiß ich nicht genau, was da dahinter steckt, aber ich bin irgendwie schon gespannt, und da wird bestimmt noch was auf uns zukommen. War das sogar nicht damals eine Nintendo Select-Reihe dabei, dieses Super Mario All-Stars? Irgendwie so, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich eigentlich nur noch an diese fancy Verpackung erinnern. Ja, auf jeden Fall. Bin ich noch mit dabei. Das war schon cool und auch ein ganz anderes Level. Ich habe ja jetzt hier die physische Edition da, du hattest es ja digital. Und ich kann dir sagen, also, da ist nix irgendwie dabei, was man ihr antiteln könnte, so, oh, das ist jetzt was Besonderes. Sondern es ist einfach eine stinknormale Nintendo Switch-Hülle mit den drei Mario-Spielen vorne drauf und irgendwie ein besonderes Bucklet oder so ist da nicht dabei. Also, es ist wirklich as basic as it gets und das war es auch leider schon. Deswegen, also, wenn jetzt nicht wenigstens dieses Intro noch wäre, und das ist ja auch echt, das ist ja schön gemacht, aber es sich halt auch nur aus irgendwelchen Zwischensequenzen vom Spiel zusammensetzt, dann würde ich es als absolut lieblos bezeichnen, aber, ja. Sind es sogar nicht die Anfangssterne, die man einsammelt? Das heißt, sie haben im Endeffekt ja nur die Anfangssequenzen aufgenommen und das halt zusammengeschnitten. Ja, und dann halt, weil es am besten klingt, noch das von Mario Galaxy den Ton genommen. Also, es ist wirklich... Ja. Ich habe letztens gelesen, es soll sogar auch Super Mario Galaxy 2 sein, dieser Jingle. Und das ist irgendwie eine andere Tonweise. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Sehr skurrile Geschichte. Naja, auf jeden Fall. Ich habe es ja auch füßig sogar noch mal geholt, weil ich habe gedacht, komm, ich hole es mir noch füßig. Habe es auch jetzt versiegen lassen. Nee, also, ich behalte es mal. Nicht ausgepackt, ja? Nee, ich bin halt Sammler und ich brauche halt sowas auch noch Retail. Und gerade, wenn es limitiert ist, meine Güte, da brauche ich das auf jeden Fall. Ja, gut. So, aber wir reden heute nicht nur über Super Mario 3D Allstars, sondern wir reden heute über ein ganz besonderes Thema, worüber sich ja die Fans in den letzten Wochen aufgeregt, als auch jetzt gefreut haben, und zwar um die Nintendo Direct Mini Partner Showcases. Was für ein langer Name. Meine Güte, Nintendo. Das können sie gut, die langen Namen. Das ist nicht das erste Mal. So, wenn wir mal so über nachdenken, Nintendo Direct. Okay, wann haben wir die letzte richtige Nintendo Direct bekommen? Dann können wir schon sagen, hey, das ist schon über ein Jahr her. Ja, das ist schon genau über ein Jahr her. Unglaublich, dass Nintendo seit über einem Jahr keine richtige allgemeine Nintendo Direct mehr gebracht hat. Aber wir wissen wahrscheinlich alle, Corona natürlich und der Aufwand und so weiter. Und Nintendo hatte ebenfalls in einem Investorentreffen mal gesagt, ja, das Direct-Format ist gut, allerdings untersuchen wir auch gerade andere Mittel, um unsere Produkte an die Konsumenten zu kommunizieren. Haben wir schon anhand auch von Paper Mario, der Origami King, ja schon gesehen, dass Nintendo anhand einer Twitter- und Pressemitteilung, Ankündigung, dieses Spiel angekündigt hat und auch schon nach zwei Monaten sogar schon veröffentlicht hat. Wenn ich da jetzt kurz zwischendurch reintreten kann. Das ist meiner Meinung nach die absolut schlechteste und wirklich unromantischste Art und Weise, ein neues Nintendo-Spiel vorzustellen. Das haben sie ja bei Pikmin genauso gemacht. Und dann auf einmal ist es da und ich weiß nicht, da kommt bei mir nicht so ein krasser Hype auf oder so eine kleine Vorfreude, die sich da halt bei den Ankündigungen von, wir machen jetzt in zwei Tagen eine Direct bis zur Direct, die sich da halt entwickelt und das kann ich ja auch dazu sagen, bei Age of Calamity, diesem neuen Hyrule Warriors-Spiel, das jetzt Ende des Jahres kommt, da war es ja tatsächlich so, dass ich auf der Arbeit irgendwie auf Twitter war und dann habe ich das gesehen und habe aber, das war wirklich so ein paar Sekunden nachdem es online war, ja, aber ich habe das nicht irgendwie als neues Spiel oder so vernommen, habe aber gedacht, irgendein DLC für Hyrule Warriors, juckt mich nicht, egal. Und dann auf einmal komme ich dann abends nach Hause, er hat mich nicht weiter damit beschäftigt, wie gesagt, war auf der Arbeit und dann höre ich so, ja, krass, neues Zelda-Spiel. Und ich denke so, hä, neues Zelda-Spiel? Und sehe das dann und dachte mir so, was, dieses Ding, was ich da einfach als DLC für Hyrule Warriors, habe mich schon gewundert, ich wusste gar nicht, dass Hyrule Warriors ein DLC mit Breath of the Wild bekommt, ja. Und dann auf einmal sowas, ja, also, das sind so Ankündigungen, die gehen bei mir dann eher unter, deswegen mag ich dieses Direct-Format schon ein bisschen mehr, weil da weiß ich, okay, ich kann mich auf neue Sachen einstellen und das ist nicht einfach so, was ich in meiner Twitter-Timeline, die sich ja eh hauptsächlich um den VfB Stuttgart dreht, das ist halt meine Bubble, dass da dann die Nintendo-Content so krass untergeht, ist halt einfach so. Und da bin ich dann schon froh, wenn das wenigstens so ein Direct-Mini-Format hat, was ja das Mindeste ist, was man erwarten kann, oder? Ja, also, unser alter Redakteur Kevin wäre stolz auf dich mit dem VfB Stuttgart. Aber ich muss halt sagen, ich kann es nicht sagen, aber ich wusste ja zum Beispiel ja so ungefähr, dass da etwas kommen wird, so in den Zeitraum. Und bei mir war es halt anders mit anderen Erwartungen. Ich sage es mal so, wenn du halt, ich habe ja zum Beispiel, wir haben ja einen Discord-Server, wo wir ja alle Teammitglieder von N1000 ja quasi so ein bisschen im VIP-Bereich und wir hypen uns da ein bisschen gegenseitig, weil wir schreiben halt viel gegenseitig und dann kriegen wir sowas halt eher mit. Aus deiner Perspektive kann ich es dann schon verstehen, dass du dann denkst, okay, Harvey Warriors ist wieder so ein DLC. Klar, aber Harvey Warriors spricht jetzt auch nicht jeden an, mich hat es jetzt auch nicht angesprochen. Allerdings, dieses Spiel spricht mich richtig an, weil es einfach um die Vorgeschichte geht und es passt halt auch einfach. Es geht um den Krieg, um die Verheerung und ganz ehrlich, da muss halt eben Abschlachten halt dazuzählen. Und deswegen finde ich, passt das total. Also, dass es passt, das tue ich ja gar nicht, mir hat nur die Art der Ankündigung, weil ich habe halt nichts mitbekommen. Und dadurch, dass ich das halt dann auch irgendwie als nichts Besonderes vernommen habe, ist es halt bei mir total untergegangen. Und erst am Abend, als ich dann quasi die Reaktion von anderen Leuten wiederum gesehen habe, ist mir dann aufgefallen, oh, das war ja tatsächlich was Neues. Ich habe es mir ja auch nicht angeguckt. Ich hatte es mir nicht angeguckt. Ich habe nur so kurz gesehen, okay, es hat irgendwas mit Breath of the Wild zu tun und es ist Hyrule Warriors. Und dann warst du mich halt so als DLC abgestempelt. Ja, klar. Und habe mir noch gedacht, Gott, das ist mir dann komplett an mir vorbeigegangen, dass Hyrule Warriors ein DLC mit Breath of the Wild bekommt. Aber es hat auch mal wieder gut getan, auch Numa wiederzusehen. Und er hat ja auch gesagt, dass wir mit Breath of the Wild im Nachfolger ja noch ein bisschen warten müssen. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass sie das am Anfang noch gebracht haben. Ich finde, diese Transparenz, die sieht man bei Nintendo viel zu wenig. Und dass er sich am Anfang da tatsächlich hinstellt und sagt, hey, Leute, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Das hat mich dann auch, als ich das dann im Re-Life dann mir angeguckt habe, habe ich dann auch mich direkt wieder versöhnt mit Aonuma gezeigt, weil ich gedacht habe, ja, okay, ich gebe euch alle Zeit, die ihr braucht, wenn ihr das Spiel wirklich toll macht, dann bin ich da auch mit einverstanden. Das fand ich auch zum Beispiel voll okay, als da sich, und ich glaube, Nintendo ist das erheblich schwerer gefallen, als es am Ende die Fangemeinschaft aufgenommen hat, als sie sich da hinstellen mussten und gesagt haben, Leute, das mit Metroid Prime 4, das hat nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Wir müssen noch mal von vorne anfangen. Ich glaube, das ist den Entwicklern extrem schwer gefallen. Und die hatten da echt ein schlechtes Gewissen. Aber ich fand die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, das hat so menschlich gewirkt. Und ja, sie haben halt eingestanden, okay, es hat nicht geklappt bisher. Wir haben nicht das erzielt, was wir eigentlich erzielen wollten und sind unzufrieden mit dem, was wir getan haben. Wir müssen jetzt noch mal von vorne anfangen. Das fand ich von der Herangehensweise echt mega sympathisch. Und ja, deswegen freue ich mich auch nach wie vor auf Metroid Prime 4 und war da nicht eine Sekunde sauer, als sie es gemacht haben. Viel mehr habe ich da applaudiert für die Offenheit und Ehrlichkeit, die man von Nintendo in der Form absolut nicht kennt. Ja, so, dann können wir noch mal kurz zurück zum Thema. Nintendo hat ja auf jeden Fall zu Enemy Crossing und so weiter ebenfalls mal so spezifische Nintendo Directs gebracht, auch zu Super Mario 35th Anniversary. Immer quasi so diese spielenthematischen Directs, das macht Nintendo weiterhin, wie wir gemerkt haben, bis halt zu, bis auf, keine Ahnung, Paper Mario. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Lücke und diese Lücke ist halt, wir wissen halt nicht, welche Third-Party-Spiele in nächster Zeit kommen. Und ich kann mir vorstellen, da kamen dann einige Third-Party-Entwickler zu Nintendo und haben gemeint so, hey, schön, dass ihr uns sagt, dass wir unsere Titel selber ankündigen sollen, aber ihr habt halt eine große Reichweite, ihr seid Nintendo, es ist eure Konsole, jetzt macht ihr bitte auch Werbung für unsere Spiele, denn wir bringen sie schließlich für eure Konsole heraus und wir stecken Zeit und Geld in eure Konsole. So. Und... Glaubst du, es geht in die Richtung? Ich weiß nicht. Könnte es sein, weil Nintendo hat er zwischenzeitlich auch gemeint, sie haben den Third-Partys darum gebeten, die Spiele selber anzukündigen. So viel habe ich mal rausgehört. Ja, daran erinnere ich mich auch, das war glaube ich mal eine News oder sowas. Ich würde aber auch eher so die Seite von Nintendo einnehmen, weil Nintendo hat natürlich auch ein großes Interesse, dass die Third-Party-Spiele für ihre eigenen Plattformen entwickelt und deswegen glaube ich, ist es auch immer ein Argument, dass Nintendo gegenüber den Third-Party-Stands so nach dem Motto, ja, also wenn ihr dieses Spiel für den Nintendo Switch rausbringt oder auch veröffentlicht, wir würden euch anbieten, das auch auf Nintendo Direct zu pushen und dann kriegt es eine ordentliche Reichweite. Die letzte Direct, schaut mal her, die hat irgendwie eine Reichweite von mehreren Millionen Leuten gehabt und geht dann durch alle News-Magazine durch und das könnte euch doch auch gefallen, oder? Und das ist natürlich schon ein Argument, gerade wenn man jetzt nicht das größte Unternehmen ist, also kein Ubisoft oder so, sondern keine Ahnung, was sie halt jetzt da auch wieder gezeigt haben von so kleinen kleineren Entwicklern, die jetzt Hades und sowas gemacht haben. Äh, dass die einfach dann denken, ja, ja, geil, die, das ist ja Gratis-Marketing, das sie in dem Falle bekommen und, ähm, versuch mal ein YouTube-Video mit deinem Trailer zu bewerben, dass es irgendwie drei Millionen Leute erreicht hat. Bist ein paar, paar Münzen los. Mhm. Ja, die Seite von Nintendo verstehe ich dann auch quasi, ja. Aber ich denke mal, es war so ein bisschen so beides, so ein Mix, so einfach. Wahrscheinlich, ja. Ja, weil Nintendo ist gerade sehr, sehr wirtschaftlich getrieben, muss man sagen, seitdem Satori Iwata von uns gegangen ist. Kimishima hat versucht, diesen Spirit von Iwata noch ein bisschen, ähm, ja, in die Firma noch, ja, sie mit reinzubringen. Allerdings hat man da auch schon gemerkt, okay, es geht gerade in eine andere Richtung und seitdem der ganz andere Präsident, ähm, seinen Namen kann ich mir leider nie merken. Furukawa, ich weiß gar nicht, egal. Ähm, Shintaro, Furukawa, Shintaro, Furukawa, ne, so. Gott. Ja. Das ist aber auch schwierig. Ja. Naja, ich weiß noch, dass Shibata ist der für uns. Also das kriegt man. Er war für uns, er ist ja auch nicht mehr leider. Ist ja jetzt auch woanders. Ja. Naja, auf jeden Fall. Das ist so kompliziert. Ja. Der ist ja mittlerweile wieder in Japan bei Nintendo, allerdings hat er auch seine Finger in der Pokémon Company und bei Tencent aus China. Finde ich sehr interessante Geschichte eigentlich. Oh, das heißt, wir kriegen bald, halt, nee, Nintendo veröffentlicht doch die Nintendo Switch über Tencent in China. in China. Und, Pokémon hat ja auch mit Tencent schon gearbeitet mit diesen einen LoL League of Legends Fake, sag ich mal, mit Pokémon. Es kommt doch erst noch, oder? Es kommt erst noch, ja. Genau, ja. Na gut, auf jeden Fall, genau, Nintendo ist einfach gerade sehr wirtschaftlich getrieben, was ich auf einer Seite sehr schade finde, denn diese, diese damalige so, hey, to the fans quasi directly, to you, ja, das fehlt einfach wieder gerade total und man merkt gerade, Nintendo geht gerade wieder sehr zurück, so Mitte, Ende der 90er, sag ich jetzt mal und das kann auch sehr gefährlich sein. Das ist jetzt nur kurz, was ich noch hier reinwerfen wollte. Ja, die Directs, die verlieren auch an dieser Persönlichkeit. Wir hatten halt früher mit Reggie, mit Iwata und so, das waren die typischen Figuren, die dann vor die Kamera getreten sind und die man auch mit dieser Direct verknüpft hat. Ganz am Anfang war es natürlich eine Katastrophe, weil die Directs halt wirklich extrem langweilig waren. Also die ersten Directs waren wirklich, Iwata steht vorne und in typisch japanisch steifen Stil trägt er da irgendwas vor, was halt einfach echt nicht so amüsant war zuzuschauen. Irgendwann haben sie dann die Schiene entdeckt, dass sie doch sich über sich selber lustig machen können und dann gab es irgendwie so die, ich erinnere mich an die Smash-Ankündigungen, die dann Reggie da gecatcht hat gegen Iwata. Das war dann auf jeden Fall ein anderer und sehr, sehr cooler Ansatz. Am besten fand ich die Direct von 2014, wie sie da mit diesen Knetfiguren sich quasi vertont haben. Das war sehr, sehr gut und jetzt ist es halt wieder ein bisschen unpersönlicher geworden. Nintendo hat einfach, außer jetzt vielleicht Aonuma und wie heißt der für Mario, der Kui... Oh Gott. Kusumi. Kusumi. Kusumi, genau. Das sind vielleicht noch die zwei Persönlichkeiten, die man jetzt so zumindest als jemand, der sich für Nintendo ein bisschen mehr interessiert, die man vielleicht noch mit Nintendo verknüpft, aber auch die sieht man nur sehr, sehr selten vor der Kamera und ein Miyamoto zeigt sich ja da nie in solchen Directs eigentlich. Und deswegen ist es halt jetzt immer dieser Sprecher da, der da aus dem Off spricht und man sieht halt nur Trailer an Trailer aneinander gereiht. Also im Grunde ist es einfach nur eine Trailer-Show geworden. Oder man sieht halt ab und zu halt jemanden von einer höheren Etage, wenn es um eine ganz besondere Ankündigung geht, aber das war es dann halt auch wieder. Ja, manchmal machen sie ja auch tatsächlich so ein kleines Entwickler- Interview noch mit rein, aber diese typische Nintendo-Persönlichkeit, die da in den ersten Directs mit dabei war, die ist auf jeden Fall deutlich verloren gegangen und ja, also es ist schon auf jeden Fall was anderes, ist aber auch in der Hinsicht dafür auch kompakter und man bekommt natürlich dieselbe Anzahl an Informationen in kürzerer Zeit, was natürlich auf der anderen Seite auch nicht so schlecht ist. Ja, und dann schließlich dann, das war so um der, so Mitte, Ende Juli, ich glaube, es war sogar der 20. Juli, so ein Dreh, kam dann morgens, das weiß ich noch, die Ankündigung, hey, am Nachmittag gibt es eine Nintendo Direct Mini Partner Showcases, wo wir halt Titeln von unseren Partnern für Partys zeigen. Das weiß ich noch, das war damals auf Twitter, allgemeine Ankündigung und da waren die Fans direkt gehypt, es war ja eine Zeit, da gab es seit langem keine Ankündigung von Nintendo selber, man hatte auch keine Nintendo Direct seit langer Zeit gehabt und Nintendo hat ja schon erwähnt, hey, Leute, es sind nur Partner, es ist kein First Party, ihr braucht keine Erwartungen haben. Da ging schon los, ja, First Party, nein, aber Second Party vielleicht. Ja, genau, ja. Aber zu dem Thema kommen wir dann gleich zur dritten Nintendo Direct Mini Partner Showcase, denn da kam sogar was vor, was ich sehr skurril fand. Nee, auf jeden Fall kam dann auch diese Ausgabe und da war halt zum Beispiel Shin Megami Tensei V und das HD Remaster Teil 3, Rogue Company, WWE 2K Battlegrounds und dann halt die Retail-Version. Ja, und halt das Cadence of Hyrule, ne? Genau, die Retail-Version. Das ist ja noch so einigermaßen so First, Second Party, muss man ja sagen, und dann weiß ich noch, danach die Reaktionen waren unglaublich enttäuscht. Also viele haben, also weil die Japano-Fans waren ja zufrieden mit Shin Megami Tensei, das kann ich auch verstehen, aber so Leute wie du und ich, wir waren dann schon so ein bisschen so, okay, ja, jetzt nicht das, was wir jetzt unbedingt haben wollen in nächster Zeit, aber wir haben es. Ja, wir waren halt ausgehungert, ja. Ja. Also man läuft so durch die Wüste und dann kommt auf einmal irgendwie so ein Laster daher und der verkauft ihr Eis um dann festzustellen, dass das Eis halt irgendwie keinen Geschmack hat, sondern nur aus Wasser besteht und dieses Wasser hat noch ein bisschen Dreck drin. Also ungefähr hat sich das eingefühlt, ja. Und da war man natürlich schon, hat man nach mehr gedürstet. Man hätte sich ja mit einer Nintendo-Ankündigung dann doch zufrieden gegeben, also Vanille-Eis wenigstens, aber nee, das gab's halt nicht. Ja, und zwar war schon enttäuschend. Wir beide waren mit unseren Meinungen schon sehr zurückhaltend, aber es gab halt auch Fans, die haben halt auch gemeint, was, kein Zelda und so weiter, was natürlich schon echt übertrieben ist, denn man muss halt lesen, ne, wenn man liest, dann hat man immer einen Vorteil. Allerdings, ja, es war trotzdem schon ernüchternd und man hat gedacht, okay, und ich habe halt da schon angekündigt, hey, das ist eine Show, die bringen wir regelmäßig heraus und wie wir jetzt feststellen konnten, sogar mittlerweile monatlich. Und das ist eine super interessante Sache, denn ich würde sagen, wir gehen mal direkt zur zweiten Ausgabe ganz kurz, um das mal so einfach zu erzählen, denn Nintendo hat diese Ausgabe nicht angekündigt. Das war wirklich so eine Art Shadow Drop wie mit Paper Mario, mit Zelda und mit Pikmin. Das kam einfach so. Und da hat man schon gemerkt, okay, es ist, hat auch einen guten Grund gehabt, warum es sich ankündigt. Nintendo hat wahrscheinlich selber dieses Feedback gemerkt, okay, okay, ja, die Spiele waren jetzt vielleicht in der ersten Ausgabe jetzt nicht für jedermann und in der zweiten Ausgabe, wenn wir mal da mal kurz drüber schauen, das sind einfach viele Musikspiele gewesen, zwei Just Dance, Kingdom Hearts, Melody of Memory, Taeku no Tatsushin, dieses Rhythmus, Adventure Pack, natürlich auch noch World of Tanks Blitz war noch mit dabei. Und Puyo Puyo, Tetris, ne? Das war gleich auch dabei. Genau, ja, Fruiser, das ist von Harmonix ein neues Spiel, dann die Collection of Saga, Final Fantasy Legend, also man merkt schon, es war schon ein bisschen mehr Qualität, auch viel Neues dabei. Und, ähm, ich glaub, Jump Force war, weil es war vorher schon bekannt, genau, und halt so, Spiele wurden auch von Square Enix und Banner Namco gezeigt, von denen man halt wusste, aber halt nochmal neue Informationen bekommen hatte, quasi nochmal so eine Art, hey, und das könnt ihr demnächst, in den nächsten Wochen auf der Nintendo Switch spielen, ähm, ja, ähm, war aber auf jeden Fall eine leicht bessere Ausgabe, weil es ausgewogener war, meiner Meinung nach, und es wurde nicht vorab angekündigt, das heißt, die Fans wurden nicht direkt mit Hoffnungen, äh, quasi, ja, hier, hier kriegt ihr was und, äh, überrascht euch mal, und die Fans machen sich gerne Hoffnung, die haben es aber diesmal nicht bekommen. War noch ganz okay, die Aufgabe. Das Ding, das Ding ist halt, ähm, dadurch, dass es halt, ähm, dass wir zu dem Zeitpunkt, vor allem bei der ersten, äh, Partner Showcase, war das ja so extrem, dass wir so lange nichts von Nintendo gehört haben und wir wussten einfach nicht, was wir am Ende des Jahres, zu erwarten haben. Und, und, es wusste aber jeder Nintendo-Fan, irgendwas muss ja noch kommen. Die haben jetzt noch nichts gezeigt, ja, und das Weihnachtsgeschäft lassen sie nicht komplett an sich vorbeigehen. Irgendwas kommt da noch. Und, ähm, wenn dann irgendwie eine neue Ankündigung von Nintendo kommt und dann schürt sich diese Erwartungshaltung von ganz automatisch, dass die Nintendo machen können, was sie wollen. Manchmal sagen sie ja auch, ähm, vorne Direct oder so, ja, ähm, wir zeigen aber nicht Spiel XY. Ja, genau. Und trotzdem denken die Leute, oh, das ist vielleicht eine geheime Nachricht. Ja, genau. Ja, also, das ist wirklich extrem undankbar auf Seiten von Nintendo, die können machen, was sie wollen und trotzdem bauen die Leute einen Hype auf und werden dann danach enttäuscht. Und, ähm, das, das ist halt, ähm, die Sache, wenn du halt im Vorfeld nichts hast, auf das du dich freuen kannst, dann kommt halt völlig automatisch diese hohe Erwartungshaltung. Weil da in deine Gedanken, da kommen die verrücktesten Sachen dann auf, die Nintendo dann bringen könnte und dann wird halt wieder ein F-Zero durchgekaut und alles. Mhm. Und das war halt auch, äh, sehr undankbar für die Spiele, die dann auf den Partner-Showcases gezeigt wurden, weil, ähm, man sieht's ja jetzt auch an der Resonanz von dem jetzigen, die Resonanz damals war deutlich, deutlich negativer, obwohl die Qualität der Spiele jetzt vielleicht nicht unbedingt schlechter war. Ja. Also, ich mein, in der zweiten Ausgabe waren die Spiele, waren die Spiele abwöchslungsreicher, es war für jeden was dabei sogar bei der zweiten Ausgabe. Und da war auch die Stimmung dann auch nicht so schlimm wie bei der ersten Ausgabe. Bei der ersten Ausgabe war ja Weltuntergangsstimmung. Ja, ja. Ja. Tat mir auch ein bisschen leid für, für Cadence of Hyrule, weil die haben ja da auch nicht nur eine Retail-Version angekündigt, sondern halt auch einen neuen DLC. Mhm. Und das ist halt in dieser ganzen Negativität echt, äh, verrissen worden. Mhm. Ja, genau. Ja, bevor jetzt die dritte Ausgabe erschienen ist, also im September, kam natürlich die, ähm, Super Mario 35th Anniversary Direct heraus. Und wir wussten, okay, am 18. September kommt die Super Mario 3D-Allstars-Kollektion. Cool, endlich mal wieder ein Spiel, worauf wir uns freuen. Und Nintendo hat jetzt quasi, ähm, am 17.09. quasi einen Tag vor der Veröffentlichung das, ähm, Partner-Showcase, äh, Nintendo Direct Mini Partner-Showcase aus September, am 17. September herausgebracht. Quasi einen Tag vor der Veröffentlichung. Und man hatte diese Ausgabe auch bereits schon vorab. Angekündigt? Nee, nee, ich glaub, also quasi rausgebracht und angekündigt einen Tag vorher meines Wissens schon. Glaub ich. Ja, weil du, also, du hast rausgebracht einen Tag vor der Veröffentlichung. Du meinst einfach angekündigt, ne? Die haben halt gesagt, wir machen ... Ja, also, so, nee, mir geht's darum, die Mario-Kollektion kam am 18. raus, die Nintendo Direct Mini kam am 17.09. Am 16.09. haben's angekündigt. Und meiner Meinung nach war der Zeitpunkt perfekt, weil die Fans wussten, okay, wir kriegen Super Mario und, hey, wir kriegen sogar noch eine weitere Präsentation. Und Nintendo hat's ja bereits schon vorab angekündigt. Und man hat ja schon gemutmaßt, okay, wenn's es ankündigen, muss es ja schon was sein, wo man denkt, okay, boah, da ist was Großes dabei. Und es war ja auch was Großes dabei. Sogar mehrere Sachen, die größer sind, find ich. Ja, meine Meinung. Also, so ein Monster ist schon ziemlich groß, ja. Ja, genau, du hast schon gesagt, Monster Hunter Rise heißt es, glaub ich. Ich muss mal was gucken, genau, Monster Hunter Rise. Und auch Monster Hunter Stories 2, das hat noch so einen Untertitel. Sehr beliebte Titel, auf jeden Fall, System Seller in Japan, auf jeden Fall. Also, die Spiele, wenn durch die Decke gehen, wurden für Nintendo Switch unter anderem angekündigt. Und man hat direkt gesagt, hey, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Eine Monster Hunter Direct wird danach noch ausgestrahlt. Das war auch noch mal so ein richtiges, wow, okay, jetzt haut Nintendo aber rein, Effekt. Ansonsten muss man noch ganz kurz sagen, um die Inhalte noch mal kurz zu wiederholen. Fitness Boxing 2 wurde ja gezeigt. Und das fand ich sehr interessant, weil das Spiel wird ja von einem Studio entwickelt, was ja eher Second Party ist. Und da stand ja auch ganz groß Fett drauf, Nintendo drauf. Und dass Nintendo quasi selber so ein kleineres Spiel, sag ich jetzt mal, so aus ihrem eigenen Hause, oder quasi von so einem Partner zeigt, klar, ist eine Partner-Showcase, aber das zeigt mir noch ein bisschen, hey, genau wie Canons of Hurl, man kriegt dann trotzdem da Spiele zu sehen, die aus dem Hause Nintendo kommen. Weißt du, wie ich's meine? Also, fand ich dann schon wieder ... Zumindest unter dem Nintendo-Schirm, ja. Ja, und das fand ich halt cool, weil ich denke halt so gut, es ist nicht nur Third Party, sondern auch wirklich etwas, was unter dem Nintendo-Label kommt. Ähm, der Name ... Oh Gott, Disgae 6 heißt es, glaub ich. Der Name ist so ... Disgaia, oder ne? Oder Disgaia, oder so, ja. Das ist halt ein sehr beliebtes Spiel, grad für Japano-Fans. Ähm, da hat eine riesengroße Fan gemeint. Da kann man sogar den fünften Teil, sogar noch mal, wenn man Nintendo-Switch-Online-Mitglied ist, gratis spielen. Ähm, dann Empire of Sin. Das ist auch ein sehr beliebtes Spiel, was ich immer gehört hab. Sniper Elite 4. Ähm, da wurden natürlich noch andere Spiele noch gezeigt, die wir schon von dem ja was wussten. Äh, Balan Wonderworld sah aber nicht so gut aus von Square Enix, fand ich jetzt. Und am Ende wirklich ... Es sah sehr träge aus, ne? Das war auch dieses Jump'n'Run. Genau. Eigentlich bin ich ja auch totaler Fan. Es hat mich so am Anfang ein bisschen an Ahead in Time erinnert. Mhm. Aber, ähm, irgendwie die Figuren, die haben sich sehr langsam und träge gesteuert. Das sah ... Also, da bin ich dann erst mal gespannt, wie da die Resonanz ausfällt. Also, wenn dann die Tests kommen, weil, ähm, der Trailer hat mich jetzt auch nicht so krass abgeholt. Obwohl das eigentlich genau so die Art von Spielen ist, die ich gerne mag. Mhm. Ja. Ansonsten noch The Long Dark oder Hates in der Indie-Spiele hat man auch noch mit reingebracht, um vielleicht nur noch ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Und am Ende wirklich dann noch mal so ein großer Effekt, wo ich echt wirklich dachte, wow, das hat Nintendo echt klug gemacht. Ori and the Will of the Wisps. Und da gibt's ja bereits schon den ersten Teil auf Nintendo Switch, der bereits schon letztes Jahr auf, äh, vor der Gamescom in der Indie-World gezeigt wurde. Und Microsoft hat damals gemeint, hey, der neue Ori-Teil, der bleibt erst mal bei uns eklusiv. Der wird erst mal nicht so schnell auf eine andere Konsole kommen. Finde ich jetzt doch ziemlich schnell, dass das Spiel auch danach schon verfügbar ist. Und läuft sogar auf 60 FPS. Äh, da hat das Entwicklertee wirklich eine gute Arbeit geleistet. Denn, äh, mit dem Spiel gab's ja bereits schon auf dem PC oder Xbox One, äh, sehr, sehr große Performance-Probleme. Die hat man aber zwischenzeitlich mal gefixt. Aber dass sie auf der Nintendo Switch so gut hinbekommen haben, Respekt. Ja, und das war dann halt die dritte Nintendo Direct Mini-Partner-Showcase. Und die war halt auch richtig gut. Die war richtig, richtig gut. Da war für jeden was dabei. Und meiner Meinung nach hat sie sogar schon fast der richtigen Nintendo Direct, sag ich jetzt mal, fast Konkurrenz gemacht. Denn man hat richtig hochqualitative Spiele gezeigt bekommen. Genau. Genau, das Einzige, was halt dann gefehlt hat, waren ein, zwei Ankündigungen, die halt von Nintendo für den Barbie gewesen wären. Dann wär's die ganz normale Direct gewesen. Also nicht jetzt irgendwie vorwurfsvoll. Ja, genau. Sondern einfach nur, das ist der einzige Unterschied zu einer richtigen Direct gewesen, dass halt diese ein, zwei Nintendo-Ankündigungen gefehlt haben. Aber angenommen, sie hätten jetzt die, ähm, Mario-Kart-Ankündigung von der Direct und vielleicht noch irgendwie, ja, Age of Calamity auch da mit reingebracht, dann wär das ne klassische Nintendo Direct gewesen. Aber halt auch Mini, weil die wär schon kurz gewesen. Wie lange ging die dritte? Ich weiß nicht, so fast 15, 20 Minuten so in den Dreh, gell? Ja, aber ich glaub auch nicht, dass Nintendo das große Interesse hat, ähm, die Directs so extrem lang zu machen, außer jetzt vielleicht bei der E3, ähm, weil halt die Aufmerksamkeitsspanne bei sowas dann auch mit der Zeit nachlässt. Und, ähm, vor allem, wenn dann so viele Spiele eher in kürzerer Zeit gezeigt werden, oft machen sie ja irgendwie so ne, ähm, Compilation aus ganz vielen Spielen, dann gehen die Titel halt wirklich einfach unter. Mhm. Ich bin jetzt persönlich gespannt, ob wir jetzt wirklich in den nächsten Monaten jetzt immer so ne Partner-Showcase zu sehen kriegen. Denn Nintendo hat ja angekündigt, hey, sowas wird ja regelmäßig kommen, aber halt auch nicht, dass es monatlich kommt. Ich denk mal, sie werden sich das recht auch mal nehmen, vielleicht mal einen Monat zu skippen. Ansonsten mit Monster Hunter Rise hat man wieder ein Spiel zu sehen bekommen, was ja am 26. März 2021 weltweit erscheint. Ich glaub, das gab's bis auf Monster Hunter World, glaub ich. Ich weiß ich grad nicht, verbessert mich, wenn ich, äh, falsch liege. Das hat man bis jetzt auch noch nicht so bekommen, dass wir weltweit einen Monster Hunter gleichzeitig kriegen. Ähm, ist ja wirklich ... Das war halt früher so ein totales Japan-Ding. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat wirklich Jahre gedauert, bis die Spiele dann zu uns kamen, wenn sie überhaupt zu uns kamen. Hat ja, glaub ich, auf der Playstation, ja, Portable oder Playstation 2 eingefallen. Ja, auf der Wii hat's einen richtigen großen Erfolg in Europa auf jeden Fall gehabt, dank Nintendo. Und ich denke mal, dass wirklich, ähm ... Also, ich find's ja wirklich gut, dass die Spiele erst mal exklusiv für Nintendo Switch erscheinen, denn das ist ja auch das Wichtige. Capcom bringt ja für die Playstation 5 ja Resident Evil 8 und natürlich auch für die anderen Konsolen heraus. Auf der Nintendo Switch haben sie leider jetzt nichts. Jetzt find ich aber gut, dass sie sagen, komm, ähm, wir lieben Nintendo und wir haben eine gute Partnerschaft mit denen, wir kriegen jetzt mit dem Monster Hunter Rise heraus. Ähm, das Spiel sieht ja auch gar nicht mal schlecht aus, sieht ja sogar richtig gut aus. Ähm, besser als das Monster Hunter, was besetzt auf der Switch gibt. Und mich freut's halt auch, dass Capcom die Switch so gut unterstützt, denn das machen andere Publisher nicht, wie zum Beispiel Ubisoft in letzter Zeit, da kam echt wenig. Ähm, ja. Genau. Finde ich auch. Ich find's auch irgendwie schade, um mal auf Activision ein bisschen rumzuhauen, dass Tony Hawk Pro Scaler 1 und 2, warum kommt das eigentlich nicht für Nintendo Switch? Da gab's ja bereits schon, Data Miner haben ja bereits schon das Controller-Layout der Switch im Spiel gefunden. Also, ich denk schon, dass da was kommen wird, aber ich frag mich halt auch, warum gibt's das nicht? Also, entweder brauchen sie halt nur ein bisschen Optimierungszeit, genau mit, ähm, Crash 4, kommt ja jetzt auch erst mal nicht für die Switch, aber man hat ja auch schon gesagt, hey, wir gucken mal, gell? Aber es klingt halt schon so, wir bringen's ja raus, aber wieder gefühlt ein, zwei Jahre später, wenn's keiner mehr interessiert, genau wie, äh, Prince of Persia, was jetzt von Ubisoft noch mal rauskommt. Hast du, oh Gott, hast du den Trailer gesehen, oder gemeintes Videomaterial zu Prince of Persia? Hat mich extrem kalt gelassen. Alter, das sieht furchtbar aus. Das sah richtig furchtbar aus für einen Current-Titel, sag ich mal, für die PS4. Weißt du, was ich da am interessantesten finde? Ja. Das Entwicklerstudio, ähm, das ist irgendwie aus Indien. Genau, ja, ja. Und, 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 wann hat man zuletzt mal gehört, dass ein Entwicklerstudio direkt aus Indien kommt? Ähm, ich glaub, das Studio ist sogar relativ neu. Die haben ja bereits schon vorab für Ubisoft so Portierungsarbeiten gemacht, äh, über Spiele, die wir nicht reden wollen, weil die Spiele sind eigentlich so, kennt keiner fast. Ähm, aber man hat ja schon die Gesichter, Gesichtsmimiken gesehen in dem Spiel, die sehen echt aus wie aus Assassin's Creed 2, was man schon auf der Xbox 69 gesehen hat. Und das ist halt, also das könnte die Switch locker packen. Ähm, Ubisoft hat sich ja selber schon verplappert, dass es für die Switch kommt, haben es wieder gelöscht und wieder revidiert und haben gesagt, nee, nee, doch nicht. Ähm, ich weiß aus internen Kreisen, dass man, also, dass die Entwickler drüber nachdenken, dass wir die Switch herauszubringen, aber erst mal gucken, ob das Interesse da ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein Spiel, sorry über meine Sprachweise jetzt, aber wenn man so ein Spiel hinrotzt und es dann keiner für die PS4 oder Xbox One kauft, dann braucht man sich nicht wundern, wenn es sich nicht verkauft und, ja, das Interesse nicht da ist. Also, ja. Also, damit hat sich Ubisoft kein Gefallen getan. Ich finde diesen Ansatz eh total verkehrt. Ich muss kurz überlegen, wo war das? Das war bei, Gott, äh, von Turn 10? Nee, nein, 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 war falsch. Ah, No More Heroes, das war's. Ja. Genau. Da war's ja auch so, ja, also dieses Spin-off, das wir da jetzt hingerotzt haben. Ich bleib jetzt mal bei deinem Vokabular. Das ist zwar scheiße, aber wenn du diese Scheiße kaufst, dann machen wir vielleicht No More Heroes 3. Ja, also, ich finde, das ist der absolut widerlichste Weg, den ein Entwickler wählen kann, um sein Videospiel zu pushen. Also, ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Hast du 12 Strikes Again gespielt? Gespielt nicht, aber das hat mich extrem abgeschreckt und das hatte nichts mit den No More Heroes zu tun, die ich auch von mir gespielt habe. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Und dann quasi das ist natürlich in Wirklichkeit absolut, spielt das null eine Rolle, ob sie No More Heroes 3 entwickeln, weil das haben sie wahrscheinlich schon davor angefangen gehabt, ja. Natürlich. Aber das dann auch ... Ja. Ich finde das halt so falsch, ja. Wir haben ja zu sagen, ja, also, wenn ihr das kauft, dann machen wir auch No More Heroes 3. Und genau das macht ja jetzt Ubisoft wohl auch. Ach, das gefällt mir überhaupt nicht, diese Vorgehensweise. Wir haben ja Suda51 damals in London interviewt und dann hat er auch schon so gemeint, so, ja, No More Heroes 3 kommt, aber wir bringen jetzt erstmal das heraus. Und er will ja gerne auch Teil 1 und 2, wenn er einen Publisher findet, dann ebenfalls herausbringen. Die sind ja gerade in Diskussion. Ähm, ja. Also, das ist doch echt, finde ich, human bei Suda51. Allerdings, was Ubisoft da letzter Zeit sowieso da so abzieht, das haben sie letztens bei der E3, letztes Jahr haben sie da die Tom Clancy Show gemacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, wo bleibt, wo ist die Kreativität bei Ubisoft geblieben? Die ist ja total weg. Wo ist das, wo ist das sympathische Unternehmen hin, was Anfang 2010 oder so war? Oder in den 2000er Jahren? Die waren so kreativ und haben so gute Spiele entwickelt. Und jetzt sieht man halt nur noch, ja, diese Tom Clancy Sachen und halt hier und da mal. Es gibt ja dieses Immortual, ich weiß nicht, wie es heißt, ehemalige Gods and Monsters. Oder hieß er oder so? Weiß nicht. Auf jeden Fall, dieses so, ja, so ein 3D-Kit-Icarus mit Zelda-Verschmelz-Fake. Mit Zelda, ja. Ja. Also, und wenn man sich da die Menüs anguckt, ich finde, das sieht halt auch schon wieder so abschreckend aus. Also, mich interessiert es mal null. Mich interessiert es nicht die Bohne. Aber Respekt, dass es zeitgleich auch für die Sinten-Switch kommt, aber, oh, bei Ubisoft können wir abhacken. Gott, die bringen ja sowieso noch Just Dance für die Switch raus. Ich finde es halt auch so unglücklich. Ubisoft hat jetzt über Jahre hinweg gesagt, ja, und wir bringen jetzt in dem einen Jahr, bringen wir Assassin's Creed und in dem anderen, ja, wie heißt das andere? Nochmal Assassin's Creed. Nein, 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 eben nicht. Die wollten doch Watch Dogs. Watch Dogs, genau. Genau, und das wollten sie immer im Jahreswechsel machen und jetzt hat es irgendwie nicht geklappt mit Legion letztes Jahr und jetzt bringen sie Watch Dogs quasi zwei Wochen vor oder nach Assassin's Creed raus, nur um dann genau in dem selben Zeitpunkt rauszukommen, wo halt dann auch zufälligerweise ein Entwicklerstudio, wo der gute Fabian... Döder? Ja, wo der... Cyberpunk. Cyberpunk, das war's. Ich muss an Fabian, hi. Genau, genau, wo zufällig auch das Spiel rauskommt und ich meine, es sieht nicht so toll aus, wenn man Watch Dogs gegenüber Cyberpunk stellt, als jetzt mal... Natürlich, ich hab beide Spiele noch nicht gespielt, aber ich geh mal stark davon aus, dass die eine Qualität die andere deutlich übersteigen wird und dann wird sich Ubisoft wieder aufregen, ja, unsere Spiele verkaufen sich nicht, aber dann kann man auch sagen, ja, ihr seid auch blöd, wenn ihr beide eure besten Spiele zu einem Zeitpunkt rausbringt, wo ein ähnliches drittes Spiel rauskommt, auf das sich einfach die ganze Menschheit aktuell extrem freut. Mhm. Ja, also das ist meiner Meinung nach halt einfach auch Dummheit. Echt? Ich hab... Ja. Sorry, ich hab gedacht, dass Watch Dogs Liedchen erst Anfang 21 erscheint sollte. Es erscheint am 29. Oktober. Nee, nee, es erscheint am 29. Oktober. Ich wundere mich grad selber, du hast recht, aber das ist knapp zwei Wochen vor Cyberpunk bringen sie Watch Dogs heraus, ja. Ja, das ist wie wenn man, äh, ja, jahrelang wartet man auf ein neues Battlefield, wann bringt man's raus? Ja, äh, eine Woche nach Call of Duty. Ja, toll. Ja, kein Wunder, dass es sich schlecht verkauft. Oder wie, wie war das mit dem, ähm, Call of Duty Abklatsch, wo man an den Wänden laufen konnte, da gab's auch mal so eins. Oh ja, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, das hat sich ja auch schlecht verkauft, was sogar von den ehemaligen Halo-Machern kam, ja, also richtig cool, mhm. Eigentlich. Aber wenn man's halt zum falschen Zeitraum rausbringt, dann ist es halt einfach unglücklich. Oh, wir müssen wieder mal einen Hate-Podcast machen, am besten über Ubisoft. Sorry, aber über die kann ich mich nur noch aufregen, gerade mit denen im Skandal, was sie jetzt hat, mit den sexuellen Belästigungen und so weiter, und wie sie das jetzt halt so, die können's jetzt nicht runterspielen, aber, boah, die Umgangsweise, oh, ich könnte kotzen, sorry. Das muss ich jetzt kurz noch erwähnen, dieser Ubisoft-Forward, finde ich, bringen so in letzter Zeit sehr viele Frauen vor die Kamera, die da halt dann so glücklich tun. Das ist mir so aufgefallen, und da kann ich mich so drüber aufregen, weil, warum müsst ihr das jetzt machen? Ihr könnt doch einfach normal weiterleben, und halt, die haben ja ein Statement daraus gebracht, dass sie sich drum kümmern werden, aber das ist so aggressiv offensiv jetzt von Ubisoft, das, oh, das finde ich so ekelhaft. Naja, gut. Auf jeden Fall nochmal kurz, wir haben eine sehr off-topic, aber das ist ja normal bei so Podcasts, dass wir aber so ein bisschen hier und da mal drüber was reden. Diese Nintendo, ähm, Direct Mini-Partner-Showcases, die war natürlich in der dritten Ausgabe stark. Natürlich heißt es nicht, dass wir jedes Mal so eine starke Ausgabe kriegen, wir werden auch wieder mal schwächere Ausgaben kriegen, aber, die dritte Ausgabe hat Hoffnung gemacht, okay, Nintendo will dafür sich auch Mühe geben, die wollen auch richtig gute Spiele da ankündigen, hervorbringen, und deswegen, das Format, was am Anfang echt unbeliebt bei den Fans waren, ähm, hat jetzt mit der dritten Ausgabe sehr groß an Beliebtheit gewonnen, und da muss Nintendo einfach dranbleiben, diese Marke, sag ich mal, diesen Namen nicht zu verschmutzen, denn Nintendo hat natürlich dieses Nintendo Direct Label natürlich mit reingebracht, um so eine Art gewisse Werbung noch mit reinzubringen, damit viele Leute einschalten. Hätten es jetzt nur Partner-Showcase genannt, werden vielleicht nur von der Gesamtmasse, vielleicht Anführungszeichen nur drei Viertel jetzt gewesen, aber, wäre immer noch viel, aber immer noch weniger als sonst, ja, und da bin ich wirklich gespannt, was da so kommen wird, aber mit einer allgemeinen Nintendo Direct brauchen wir erstmal nicht mehr recht, Ja, aber, nochmal um diese gefühlte Wertschätzung, ich finde, die steigt enorm, wenn ein Spiel in der Direct gezeigt wird, und wenn es nur so ein Showcase ist, also, Spiele wie Hades, hätte ich mir wahrscheinlich nicht einen Trailer zu angeguckt, aber dadurch, dass es halt jetzt irgendwie mal auf der Direct gezeigt wurde, ist es zumindest in meinem Kopf, ja, und wenn mir das Genre nur ein bisschen mehr zusagen würde, würde ich es mir vielleicht auch genauer anschauen, aber, ich habe es zumindest jetzt mal gesehen, ja, und normalerweise, wenn ich sowas sehe, dann, es, also, ich, ich klicke die News nicht an, ich öffne es nicht auf N-Tower, wenn ich es sehe, ja, wenn es mich einfach vom Namen her auch schon so, ah, okay. Ja, und dann spricht Hades aus, interessant. Hades, ja, so habe ich es zumindest gehört, genau, Hades, Hades, das ist ein griechischer Gott, ach, stimmt, hast recht, hast recht, auch bekannt aus Spielen wie Age of Mythology, boah, jetzt glänzt du aber hier mit Fachwissen, keine Ahnung von griechischer Mythologie, aber ich habe Age of Mythology gespielt, deswegen weiß ich, das ist genau wie damals bei Assassin's Creed 2, das ist genau wie damals bei Assassin's Creed 2, keine Ahnung von Geschichte, aber hey, ich kenne mich jetzt hier total gut mit der italienischen Geschichte jetzt hier aus, ne, so, es ist halt wirklich so, ja, es funktioniert, ne, also, was ich höchstens noch vermute ist, dass wir, ich weiß nicht, wir haben ja mit Monster Hunter und so weiter, wissen wir ja schon einiges, was bis Ende März 2021 kommen soll, ich vermute allerdings noch, Nintendo will ja selber gerne mal noch einen Ausblick geben, natürlich, wir kriegen jetzt im Februar da so mal 3D World, ähm, Bowser's Fury, ja, ist schön und gut, gell, aber, da muss auch noch eben was kommen, ja, da muss noch eben was kommen, ich denke jetzt nicht, vielleicht können die, können die natürlich im November nochmal so Nintendo Direct oder allgemeine Informationen bringen, was kommen wird, weil, da kommen ja die neuen Konsolen heraus, da will man ja vielleicht, da darfst du nicht, okay, kann ja sein, dass Nintendo sagt, die machen doch Anfang des Jahres, machen sie ganz gern mal einen, ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen wegen, wahrscheinlich auch wieder gegen Corona, äh, später gekommen als normal, aber die machen ja eigentlich so im Februar, März immer so eine Direct, um so einen Ausblick zu geben, was kommt denn im Sommer, und das könnte ich mir vielleicht vorstellen, ähm, und dann halt im, 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 Spätherbst oder Herbst, so wie jetzt halt aktuell, wenn es schon fast wieder auf den Winter zugeht, dann haut man raus, was an Weihnachten kommt, ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass so der, 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 der Weitblick ist in Nintendo jetzt gewährt, so die nächsten drei, vier, fünf Monate, früher war es halt so, die, ähm, Direct im, äh, jetzt im September, die hat so gezeigt, was so bis, sag mal mal, Sommer, früher, im folgenden Jahr kommt, ja, und, und die Direct, die dann irgendwie im März kommt, die hat dann gezeigt, was so bis Ende des Jahres kommt, und, und vielleicht noch so ein, zwei Zuckerle, und die E3, die hat halt die Spiele hauptsächlich im Detail gezeigt, und dann noch so ein, drei, ein, zwei Riesen Ankündigungen, die aber vielleicht noch Jahre, Jahre weg sind, wie jetzt zum Beispiel dieses Zelda Breath of the Wild 2, und jetzt haben wir halt so einen verkürzten, ähm, Weitblick, ja, man sieht vielleicht, was jetzt die nächsten drei Monate kommt, hat natürlich auch was Spannendes, weil es gibt auch immer wieder so Shadow Drops, oder halbe Shadow Drops, also für mich ist dieses 3D All Stars, fast schon wie ein Shadow Drop gewesen, weil zwei Wochen, nachdem es angekündigt wurde, war es schon hier, das ist schon extrem, äh, krass gewesen, fand ich, und, ähm, das Mario Kart, das ist ja was, da wusste keiner was davon im Vorfeld, gab es keine Gerüchte drüber, dass da jetzt auf einmal so ein, ähm, Mixed Reality Mario Kart kommt, ich hab's auch letztens auf meiner Instagram Story so nochmal erklärt, also mich fasziniert das Teil, und wenn ich Papa wär, ja, also mein Kind, das müsste, ich würde alles tun, dass mein Kind sich das zu Weihnachten wünscht, weil ich's irgendwie doch spannend finde, aber, ähm, ja, als, jetzt fühl ich mich momentan nicht in der Situation, als dass ich mir so ein Spielzeugauto kaufe, aber, auch das, in einem Monat kommt's schon, ja, und wenn wir das jetzt hier hören, wahrscheinlich sogar weniger als einen Monat, das ist halt extrem kurz der Zeitraum, obwohl da eigentlich so viel dahinter steckt, und, ähm, die Größe des Spiels, die, wird da gar nicht so krass vermittelt, weil normalerweise, wenn ein Spiel größer ist, dann kündigt man das ja ein halbes Jahr mindestens vorher an, also gut, Mario Odyssey und so, das wurde jetzt auch nicht so lang krass früher vorgestellt, oder, oder angekündigt, und es war, glaube ich, im selben Jahr dann noch direkt da, aber, ähm, jetzt bei Mario Kart, das ist ja eigentlich der Ersatz für Mario Kart 9 auf der Switch, weil wir ja kein neues Mario Kart bekommen haben, ja, und, ja, also, es wird kein Mario Kart 9 mehr kommen, muss ich dich leider enttäuschen, ich glaube schon, aber vielleicht, mit der nächsten, abgecreateden Switch, keine Ahnung, wir werden es jetzt nicht in die Zukunft zeigen, ja, naja, also, ja, aber, das ist halt irgendwie dann schon krass, also, das hätten sie jetzt auch theoretisch schon im März ankündigen können, ja, wir bringen übrigens Mario Kart Live Home Circuit im Oktober raus, und da ist so ein geiles Kart dabei, und dann irgendwie im Sommer, und guckt mal, man kann die Strecken auch konfigurieren, und dann gibt es da eine Schneestrecke, und bla, 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 also, da gab es schon so ein paar coole Sachen, die sie da jetzt, äh, alles in einem Ding gezeigt haben, in diesem einen Trailer, das hätte man auch deutlich länger strecken können, aber so wird es halt so geballt auf einmal, es hat auch seinen Reiz, also, ich mag diese, diesen neuen Ansatz, dass man Spiele erst dann zeigt, wenn sie kurz vor Veröffentlichung stehen, eigentlich sehr, sehr gerne, auch wenn ich mich immer sehr freue, wenn Spiele irgendwie früh gezeigt werden, und ich mich dann lang drauf freuen kann, und mir die schönsten Theorien ausmalen kann, wie jetzt eben bei einem Zelda Breath of the Wild, aber so, wie es jetzt bei Mario Kart ist, finde ich das auch ganz geil. Guti, dann würde ich sagen, dann schließen wir mal so langsam das Thema ab, wir werden sehen, was wir so in den nächsten Wochen mal behandeln, vielleicht wird Nintendo ja doch nochmal irgendwas ankündigen, aber ich denke mal, das, was Nintendo jetzt auch mit der Nintendo Direct Mini Partner Show okay September angekündigt hat, ähm, zeigt quasi auch schon mal, okay, das ist jetzt gefestigt für dieses Jahr, gerade mit Fitness Boxing 2, darauf hat er wieder Lust, ähm, genau, äh, allerdings, wir werden wirklich gucken, wann die nächste Ankündigung von Nintendo, fallen wird, denn wir müssen trotzdem bedenken, es kommen neue Konsolen, entweder wird Nintendo das Ganze beobachten, oder man wird dem Ganzen entgegen lenken, weil die Leute wollen natürlich sich ja die Konsolen fürs Weihnachtskraft sich holen, natürlich, wenn Nintendo auch sich das Nintendo Switch gekauft wird, wird man sehen, also wir können jetzt nur mutmaßen und rätseln und, ansonsten können wir ja mal in den nächsten Wochen nochmal gucken, ob dazu noch ein Thema passt, so. Genau, also ich finde generell das Thema mit den neuen Konsolen und was Nintendo darauf jetzt, äh, zu antworten hat, äh, extrem spannend, weil ich bin eigentlich jetzt die längste Zeit davon ausgegangen, dass eine Playstation 5 und eine Xbox, äh, Series X, dass die preislich so weit entfernt sind, dass es für Nintendo nie eine Konkurrenz wird, aber jetzt hat halt die Xbox eine Series S rausgebracht, die halt mit 299 Euro so viel kostet wie eine normale Nintendo Switch ungefähr, und, ähm, auch die Playstation 4 in ihrer, äh, Nicht-Disk-Version in der Digital Edition kostet halt auch nur 399 Euro, und das ist schon verdächtig nahe an dem, was man eben auch für die Nintendo Switch zahlt, ne? Ja. Also schon, schon nah dran. Man könnte ja auch noch dazu sagen, dass Nintendo laut Gerüchte in Kreisen, ja, schon zu Entwickler gesagt hat, hey, macht eure Spiele mal 4K ready. Und da bin ich natürlich gespannt, ob Nintendo eventuell zum März 2021 anhand einer kurzen Ankündigung vielleicht sogar schon die Switch Pro herausbringt. Wer weiß. Denn es gibt ja bereits schon hier Patente. Okay, ich wette dafür. Aber, okay, Felix, wir behandeln das in unserem nächsten Towercast, okay? Okay, okay, gut. Dann müsst ihr sagen, dann schließen wir das Thema für heute ab. Wir haben jetzt euch einen nicen Teaser gegeben, und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.